Schau, komm, schau, komm, schauen! Das war meine Traube! Die Bienenkönigin hat offiziell zugestochen! Nummer 6! Hallihallo ihr Lieben, seid ganz herzlich willkommen zu einer neuen GTA Online Action. Wir haben heute eine geile Challenge für euch zusammen mit unserem Bro Tomek. Was geht ab? Da ist sie! Yeah, Buddy! Was geht ab, ihr Lieben? Herzlich willkommen, neue GTA Online Challenge. Kev hat es schon gesagt. Ich dachte, ich habe ein Motorrad-Kev im, ich sage mal, Lamborghini-Verschnitt. Wir ballern heute. Hä, das ist ein Wacker, 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 ey. Ja, wir kämpfen heute nicht gegen die Polizei, wir kämpfen nicht gegen SWAT-Einheiten, sondern wir kämpfen gegen echte Spieler. So ist das. Wir sind ja auf einer Lobby, wo 30 Leute sind. Verdammt, findet man viele Hacker. Wir haben jetzt eine Lobby gefunden, wo keine Hacker sind. Wir sind ein paar Russen, ein paar Englische, ich glaube, vielleicht noch ein paar Deutsche. Die Challenge ist wie folgt. Wir haben 12 Minuten Zeit. Wir dürfen alle Verkehrsmittel benutzen, was wir wollen. Nur die Mikro-MP-Waffe. Es gibt folgende Regeln, 12 Minuten Zeit. Man muss so viele Spieler wie möglich töten, darf sie nicht doppelt hintereinander töten, weil sonst könnte man sie ja spawn-trappen. Es ist aber durchaus erlaubt, einen zu töten, anderen den einen, den anderen. Das ist okay. Und nur Mikro-MP und wer 12 Minuten mehr hat, der wird sehen, was er hat. Und die Leute, man kann sich natürlich auch überfahren, wir können hier mal einen kleinen Test machen, hopp. Komm, Damek. Nimm ihn mit. Da hat er Angst. Und, komm. Also geht's jetzt los oder noch nicht? Ach so, doch, von mir aus, komm. Drei, zwei, eins. Okay, gut. Das ist mein erstes... Oh, es hat sich gerade... Es hat sich gerade ausgelockt. Ich könnte sagen, mein erstes Opfer. Wer fährt denn hier vorne? Es ist ein Haftbomben, etc. nicht erlaubt. Wirst du Luft gesperrt? Da ist die Nummer eins. Bumm. So, jetzt immer schön die Minimap. Ah, da ist der nächste. Boah, die sind aber ein bisschen verstreut hier. Das Gute ist, wenn die sehen, dass wir den, äh, dass wir den Kampf suchen, dann werden sie auch langsam auf uns. Glaube ich auch, Tomek. Das war der Double Whopper, Tomek. Und die sind da wieder despawned. Das ist... Ey, bei mir ist genau derselbe neben mir gespawned. Alter, ich muss ziemlich weit fahren. Das ist der Doppelte, das ist der Doppelte. Da vorne ist ein Kollege. Ein anderer. Ich muss richtig weit fahren, Alter. Was ist hier los? Ich hab ihn erledigt. Nummer drei. Und die spawnen in ihren Hüllen und füllen aus den Bienen in der Stomek. Was, das Bornpunkt oder was? Nein, er hat den Passivmodus aktiviert. So, da hinten sehe ich einen. Tomek, sie aktivieren den Passivmodus. Oh mein Gott. Du kennst den Passivmodus, oder? Wahrscheinlich kannst du sie dann nicht erledigen, oder was? Ja, genau. Du kannst sie auch nicht rammen, kein gar nichts. Sie können aber auch nicht schießen. Loll. Das ist ja genau passend für unsere... Alter! Ja, wenn sie... Wenn sie keine Bonds in der Hose haben... Aber guck mal, da steht er. Der Däger. Nein, er hat mich getötet. Okay, hast du gesehen, dass ich gestorben bin, ne? Ich auch. Alter Junge. Du pack nicht. Ich bin auf ihn zugefahren und er kam mit so einer Art Dodge Challenger und ist sofort über mich gefahren. Alter Tomek. Der hat mich gerade mit einer Minigun ins Visier genommen. Das ist ja geil. Ich hatte gar keine Chance, weil wir haben nur die Mikro-MP. Okay, ich brauch... Es ist wirklich schwer. Ich brauch ein Fahrzeug. Ich brauch ein Fahrzeug. Ich brauch ein Fahrzeug. Hast du den Timer gestellt, by the way? Äh, jup. Okay, super, weil ich... Mehr als genug Zeit, ja. Mehr als genug Zeit. Bob, Bob, Bob. Ab zu den nächsten. Da sind die Bienchen. Komm. Komm zu Papi. Ich hab was Schönes für euch. Das finde ich gut. Der steht anscheinend nur lächerlich da. Das Geile ist, Russen sind immer richtig, die wollen immer schön männlich sein. Russen sind auch geil, schöner Ostblock. Wir stehen zusammen und deswegen, die haben Ehre und die wollen den Kampf suchen. Was? Der steht oben oder... Oder Tomek? Wenn du einen von den russischen Mitspielern hier provozierst, die fangen direkt Feuer, weißt du? Ja. Boah, ich hab wieder einen erwischt. Nummer vier. Ey, ich fahr grad zu einem und irgendwie ist da aber keiner. Loool. Tomek. Ich möchte dir nur darauf hinweisen, du bist auch einer von diesen Spielern. Ja, ich weiß. Den ich gleich ins Visier nehmen werde, mein Lieber. Das ist mir völlig bewusst. Irgendwie da fährt einer weg. Boah, der düst. Der düst. Richtig hart, Alter. Da ist er. Da ist er. Ich hab ihn. Ich bin hinter ihm. Ich bin hinter ihm. Er haut ab, Tomek. Er haut ab. Junge, du auch noch mit deinem Polizei. Ja, aber was hab ich für ne scheiß Krücken wegen... Ey, wegen die Polizei. Bumm. Ciao, Kev. Das war ein 10 Points Bonus. Wie viel hast du jetzt? Ne, das war der zweite. Du bist der zweite gewesen. Hui. Da muss ich noch ein paar Leute erwischen. Ja, muss ich auf jeden Fall, ey. Aber Grazis war mir auch nicht so gut. Also Autoclown zieht immer richtig viel Zeit. Und richtig geil, Leute. Dankeschön, dass ihr uns... Da hinten. Die Challenge-Idee gegeben habt. Aha, mich darfst du ja nicht töten, Tomek. Mach ich auch nicht. Einer steht da hinten rum. Komm. Aber fragt mal, wer hinter dir sein kann und mich sehr nicht töten. Was mach ich? Ich... Warte, Tomek. Daddy. Oh, da sind zwei. Oh, shit. Wo sind sie? Sind sie oben oder unten? Oh, wahrscheinlich unten. Lol. Wenn ich da oben fahre, sind sie unten. Wenn ich da unten fahre, sind sie oben. Wie komm ich da jetzt am schnellsten runter? Alter. Nein, nein. Ich will sie auch haben. Ich folge dir mal nicht. Also man muss ja schauen. Ey, diese Bienchen. Ich will sie haben. Sie schwimmen im Nest. Die Königin hat das Nest verlaufen. Was bist du da? Bist du das? Hä, wo bist du denn? Ich dachte, du wärst das hier im Polizeiwagen. Okay, der eine hat den anderen erwischt. Die lassen jetzt alle aus, Tomek. Sie werden richtig wild. Was genau will ich mir auch holen? Und? Du hast ihn wahrscheinlich schon, ne? Ja, da und. Haha, Nummer 5. Nummer 5. Okay, da hinten. Leute, ich stehe auf seinem Tronbike. Jetzt hol dir den, Alter. Hol ihn dir, Tomek. Komm. Okay, so, wo haben wir noch weitere Leute? Okay, er fährt, er fährt, er fährt. Okay, auch in unsere Richtung? Rechts. Hart Backboats. Hier fange ich ihn mir ab. Warte, ich provoziere jetzt, Tomek. Warte, wie kann ich schreiben? You are mute. Das ist geil. Komm and get me. Ja, tschüss. Das ist gut. So. Alter, wie der einfach geschmeidig wegfährt, Junge. Komm dran. Bleib da. Komm dran an die geschwollene Mutterbrust, Alter. Er muss abgepumpt werden. So, genau den will ich haben. Und den sechsten habe ich da im Kasten. So, ich habe Nummer 3. Nein. Also, Junge, der wollte echt mich statt auswärtslaufen. Komm dran an die Mutterbrust. So. Komm dran an die Mutterbrust. Warte mal. Das ist bestimmt derselbe, der da gespawnt ist? Oder muss ich mir mal angucken? Ich weiß es auch nicht. Es kann doch sein, dass ich mir mal verzähle. Ich versuche sie nicht explizit zu tracken. Aber guck mal. Tom, die drei sammeln sich da in der richtigen Traube. Warte mal. Der steht am Waffenladen. Der deckt sich ein. Alter, die sind in der Traube. Was? Hier sind gleich zwei. Bam. Nummer 1. Nummer 2, Kev. Das war insgesamt habe ich jetzt 5. Shit, die Traube wollte ich gerade abernten. Junge, da ist der nächste da. Nein. Komm schon, komm schon. Komm schon. Das war meine Traube. Die Bienenkönigin hat offiziell zugestochen. Nummer 6. Was? Direkt 6? Das ist krass, Alter. Das ist verdammt krass. Ja, dieses Träubchen hat es gemacht, ey. Na, die Traube ist halt prall, ne? Das ist halt so. Ich will das mal anders ausdrücken. Die Bienenkönigin hat die Butterblume erfasst. Die Bienenkönigin hat die Butterblume erfasst. Komm schon. Sieh, wir haben was. Die Biene hat ihren Stachel verloren. Da haben wir es im Castellunio. Nummer 7, ey. Und dann habe ich ihm auch noch die Führung gegeben. Der Typ, ich weiß nicht, wo der steht. Wo steht denn der? Was ist hier hinter mir? Ist genau einer. Komm. Können wir uns damit die Nummer 7? Oh nein, er biegt ab. Hör, der eine ist einfach gestorben. Er hat sich ausgelockt. Ah, hier. Er zieht. Ah! Junge, der hat mich genau abgehängt. Den ist abgehauen. Den hole ich mir ab. Da ist er. Ich habe ihn. Nummer 8 und jetzt bist du mein Freiwild. So, Freiwild, Alter. Sieben. Oh, da kommt der Nächste. Da kommt der Nächste. Jetzt nimmt das Ding Fahrt auf. So, nochmal nebenbei einen Bullen mitgenommen. Ach, Leute, das bist du. Das bin ich nicht. Leute, ciao. Was ist jetzt einer drin? Nein, er kommt weg. Er kommt weg. Er kommt weg. Fuck, ich konnte dich erledigen. Er ist runtergefallen. Pauvrat hat erledigt. Nummer 8. Alles. Okay, wir sind beide auf 8. Yes. Ey, das gibt es nicht. Das gibt es. Oh, hier ist der Nächste. Komm. Achte darauf, dass es nicht der gleiche ist, weil du gespawst ein bisschen verschieben. Nein, 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 das ist er nicht. Der saß schon im Auto. Ich glaube, es sind dir so viele Leute unterwegs. Ach, scheiße, Kev, der hat diesen dämlichen Passivmodus. Ah, er hat den Passivmodus angemacht. Ich baller. Ja, da kommt ja schon, der Kev. Junge, ich darf dich nicht töten, aber es heißt... Da hinten ist ein anderer. Da hinten ist ein anderer. Okay, hier. Genau vor mir ist auch einer. Und der steht eigentlich. Den will ich haben. Den will ich haben. Leil. Er ist genau vor meinen Augen gestorben. Hat sich überfahren. Komm weg, er steht auf dem Bürgersteig. Hier ist noch einer. Daddy hat ihn. Ich habe ihn Nummer 9. Und da ist der Nächste. Ich will ihn haben. Er läuft weg mit dem Motorradtum. Ich habe Nummer 9. Alter, ich sehe, wenn du da chasest. Das ist nicht krass. Nein, irgendwie hat mir den Leiden zerschossen. Warte, wie viel Zeit haben wir noch? Er ist zu fast, Tommy. Er ist zu fast. Noch genug. Er ist weg. Er ist einfach weg. Ich muss sagen, dafür, dass es echte Spieler sind, die verteidigen sich aber nicht sonderlich gut. Also doch, wenn die einmal jetzt wirklich gereizt werden, ich finde am Anfang... Ach komm, der will nur ein bisschen spielen und dann später rasten sie richtig aus. Nein, really. Och, die Bullen haben meinen Reif... Alles klar, ich muss aussteigen. Ich muss in das Bullenauto hier. Oh, da ist Nummer... Oh, der ist aufgewichen. Komm, 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 tötet mich nicht. Sie dürfen mich nicht töten. Da ist Nummer 10, baby. Scheiße, natürlich haben sie mich getötet. Fuck. Ich brauche irgendwas Schnelles. Vielleicht ein Motorrad. Oh, shit. Da kommt da mit dem Monster Truck. Erzähl mir nicht, dass ich hier im Regen gar nichts fährt. Doch, hier, ein Auto. Was ist das so eine Art? Lexus, komm. Nee, das ist ein BMW. Komm, 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 komm. Was ist das? 5, 6 heißt das. Die spekulieren schon im Chat, sind das die echten? Ich bin ein Rambo. Ich bin ein Rambo. Hey, warte mal, warte mal. Was ist da? Scheiße, keine Traube. Ich brauche die. Ja, Nummer 11. Nummer 11. Fuck, 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 fuck. Ah, nee, doch nicht, doch nicht. Vergesst das. Es sah so aus, hätte ich den Platz gemacht. Jetzt habe ich Nummer 11. Und Nummer 12. Nice. Jetzt geht es richtig ab, Alter. Ja, pflücke die Traube in der... Nummer 11. Äh, Nummer... Nee. Hatte ich Nummer 11. Zehn habe ich erst, ne? Pflücke die Traube, ich weiß es nicht. Komm, 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 komm. Ey, ich serve ein Minimap nirgends wo ein. Doch, da vorne. Da bist du doch bestimmt. Der eine steht da einfach nur. Uah. Shit, der kommt mit dem Raketenwerfer. Nein. Doch nicht. Uah. Ah, hier ist einer. Guck mal, jetzt wird es nicht provoziert. Ich überfahre dich, Junge. Okay, Nummer 11. Auf jeden Fall. Shit, 2 gegen 1, Tomek. Ich habe zwei Freunde gechased. Scheiße. Shit. Die haben sich alle zusammen verbündet, Tomek. Das ist meine Zeit. Das ist jetzt meine Chance. Oh, Tomek, es ist ja alles erlaubt, ne? Hier steht gerade ein Hubschrauber mit Maschinengewehr. Kev, du hast 12, ne? Ich habe 12, right. Alter, ich habe 11, come on. Ey, es ist so close. Aber jetzt haben alle den Passivmodus an, weil sie nicht an die Mutterbrust wollen. Das... Das ist Tomek. Das war meine Nummer 12. Hier fährt einer. Passivmodus X. Lol. Äh, wo... Da ist aber noch einer. Da hinten ist noch einer. Okay, ich nehme eine schöne Party. Alter, Tomek, vor allem das geil ist, wenn du viele Spieler tüttest, ändert sich dein Geisteszustand. Ich steige aus. Du bist Blut auf der Map, ne? Ich steige aus. Ich muss den Typen zu Fuß erledigen. Hier ist er. Direkt von hinten ins Genick. Alter! Der lässt sich aber... Alter, wie schwer lässt sich der töten? Das ist so einer von den Pros. Er rollt sich weg. Und hat mich erledigt. Ich habe dich erledigt. Ach, du hast mich. Das war die Nummer 13. Wenn zwei sich streiten, freut sich der Cavillunio. Und den anderen starbe ich auch ab. Ja, ha, ha, 14. Lol. No, ha, 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 ha. Oh, ha, 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 ha. Oh, ha, 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 ha. Es geht ab. Ich fahrt, duftet mich. Ich brauche ein neues Jagdgerät. Da hinten sehe ich Spieler. Ich sehe einen. Und der ist nicht im Passivmodus. Das heißt... Ey, wie kann ich... Hey, das ist sogar der... Ich habe ihn sofort erledigt, Teddy. Das ist meine... Oh, shit, Tomek. Der eine hat einen gepanzerten Wagen. Nein. Ich will es eigentlich nicht zugeben. Ich hole mir den. Ich hole mir den. Ich will es nicht zugeben, Kev, aber der Timer hat zugeschlagen. Scheiße. Nein. In einem Punkt. Komm, eine Bonusminute. Eine Bonusminute. Ja, auf jeden Fall. Oder ich sage mal... Es sieht zwar nicht so gut aus für mich, aber... Ganz ehrlich, ich mache daraus jetzt einen Bonuskill. Und zwar... Warte mal, wie war das nochmal mit Johns? Nummer 15. Lol. Lol. Nummer 16. Was? Den einen hole ich mir noch. Komm. Einen hole ich mir. What the fuck? Ah, scheiße. Fährt er da oben... Der fährt oben lang, oder was? Tomek Nummer 17. Ich glaube das nicht. Scheiße. Ich glaube das nicht. Und ich habe sein... Ich habe sein Fahrzeug. Um auf der Straße. Tomek, komm zu mir. Komm zu mir. Komm, ich komme. Jetzt lasieren wir ab. Jetzt lasieren wir ab. Eigentlich will ich nochmal einen Bonuspunkt, in dem ich einen mit dem Auto überfahre. Tomek, guck dir meinen Wagen an. Wir holen dir hier die Bonuspunkte. Wo bist du? Ist das geil? Warte, ich guck mal, wo bist du da... Lol, hier unten ist einer. Ich vergenau die falsche Richtung. Nein, unten ist der Raketenwerfer. Lol, ich töte ihn. Ach nee, da hinten bist du. Das ist die Nummer 17. Ach, das warst du gar nicht. Ach so. Ja, ich bin auf den Weg. Oder warst du schon 18? Ich weiß es nicht. Ich habe auch immer die geilsten Wagen ever. Alter, ist das geil. Wann ist die Bonus-Minute vorbei? So, Kev, genau auf der Straße bin ich. Yo. Mit was für einer Scheiße fährst du? Oh, hier ist das, Junge. Komm, komm, hoch. Du kannst in die MG. Hör auf zu schießen. Ich bin da. Steig ein, du musst in die MG wechseln. Leute, ich bin gestorben. Nein! Ich wurde weggesniped von dem einen... Und ich bin auch tot. No. Pit. Okay. Kriegs-Modus, ich habe seinen Wagen geklaut. Er ist bestimmt sauer. Jetzt sniperen wir den weg, Tom. Gibt dir jetzt Rückendeckung, ey. So, da kommen die Bullen. Na, kommt. Bumm, er ist da weg. Er steht da hinten, er steht da hinten. Zwei... Ich snipe die ganze Zeit seinen Fuß. Er ist weg. Ich snipe auch. Ich mache auch die Bullen jetzt. Nice, wir haben es geschafft, Tom. Wir drücken Deckung. Da kommen die Nächsten. Wie schaut es aus? Die Bonus-Minute ist sicher vorbei, oder? Ja. Wie viele Kills hattest du? Ich hatte elf oder zwölf. Und du hattest... Also, am Ende des Timers war es nur um ein Kill-Unterschied, ey. Ah, so ärgerlich. Aber da seht man, wie knapp so eine Challenge kommen kann. Ich muss sagen, wie geil ist das denn, bitte, hier mit euch zu metzeln. Ey, das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Schreibt uns gerne mehr Challenges, die irgendwie so kompatibel sind. Vielleicht, keine Ahnung, klaut mehr Fahrzeuge von Mitspielern oder was weiß ich was. Irgendwas. Ja. Da gibt es ja bestimmt viele Sachen. Schreibt es wirklich mal kreativ, aber die müssen auch machbar sein. Nichts Utopisches. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, Leute. Mit dem Monster Truck vs. Wagen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dann und ciao. Macht's gut, Leute. Danke fürs Zuschauen. Ciao.